Mein Name ist Chantal und ich komme aus Bern. Ich heisse Rose und ich komme aus dem Kanton Aargau. Mein Highlight ist, wieder mal Kollegen zu sehen, wieder mal in der Cosplay rumlaufen. Wir haben uns sehr gefreut. Ich kann mich eigentlich nur anschliessen. Es macht mega Fun, dich wieder mal in die Schale zu schmeissen. Und wieder mit den Kollegen ein bisschen chillen und das Event geniessen können. Skyrim, also die Elder Scrolls Reihenag, Elder Scrolls Online. Ich liebe Mario 64 von Old School. Aber das ist einfach so das Kindheitsgame. Und das ist einfach immer noch das, was ich am liebsten habe.